hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge minecraft apex mit dem chris hallo ja antonia guten tag die pierre natürlich auch hallo ja und auch mit dem alex juhu ich hab hier eine treppe direkt gebaut du kannst ja das andere holz auch ein bisschen weg machen es war nichts wichtiges denn wir haben uns jetzt entschieden dass wir hier doch das dunkle holz nehmen weil es einfach cooler aussieht ja ich brauche noch mal die die steine dazu wie ich jetzt gerade noch mitgebracht habe welche sind das das sind jetzt nether bricks im moment aber das ist halt dann haben wir so ein richtig gedecktes dach kannst du mal da oben das holz raushauen dass da in der ecke ist ich komme da nicht hin in welcher ecke bist du denn hier bist du jetzt bin ich gerade weggegangen aber da überall oder einfach immer das holz raus was da noch in den ecken ist weil da komme ich nicht hin bis jetzt kann man rausholen ja aber das sieht man ja eh nicht in der oberste ach so sieht man nicht okay das ist ein loch quasi was ich jetzt hier mache okay dann ist okay aber es bietet auch möglichkeiten zur erweiterung so ist es nicht da muss ich aber den hügel fetter machen nicht oft genug ja nicht so tief dass ich sterbe das ist klar wann seid ihr heute gesprächig ja total ich bin ein bisschen vertiefer ich kann überlegen was ich machen also ich weiß ja gerade was ich mache ich war ein bisschen so in ja ich gehe jetzt zwischendurch mal eben die öfen leer machen wieder du kannst mal ein bisschen glas mitbringen ja kann ich machen die frage ist nehmen wir das kann doch glas da ist oder irgendwo muss dann bringen wir haben auch ein bisschen sand genommen bis zum braunen lassen oder was haben wir weiß gar nicht wochen die truhe auf jeden fall genug ja naja ich schweig schmeiß mal ein bisschen sand wollen wir haben jetzt nach der folge haben wir können ja noch drei stück eigentlich würde sagen dass wir schon mal gucken dass wir mal weiter weg gehen nochmal irgendwas ich bin gerade mal ein bisschen überlegen für was denn machen erstens mal noch mehr sand was denn was willst du denn noch machen erstmal will ich eine erstmal will ich ein anderes holz finden in der ich bin jungle wood im dschungel willst du irgendwo geben hier kann ich sein dass es überhaupt kein überhaupt kein dschungel gibt auf kann es halt mal suchen gehen wird schon ein bisschen da aber nicht alleine alle macht das keinen spaß ja ich werde das mal gucken das wissen was wir in unser haus auf kriegt um die fläche irgendwie nutzen dass irgendwas wenigstens darstellt was halbwegs cool aussieht da haben wir noch drei folgen nach diesen ja habe ich hier gerade so ein aussichtsding gemacht mäßig so ein bisschen wurde ja vielleicht braun oder braune fenster bei braunen holzträgern das sieht irgendwie komisch aus ich weiß nicht was gibt es gelbe ist denn noch ich weiß kann ich ja ich weiß kann ich ja eigentlich alle farben die ist halt auch so bei wolle oder so in ordnung was wird sich denn anbieten ich finde braun und braun und ich meine das ist zwar schön irgendwie aber da sieht es einfach schön da aus setz dich hin und dann bin so richtig breit du bist direkt auf mich drauf gefallen was passiert hast du jetzt er da da reingesetzt ja warum damit ich hinkommen und mein holz anbauen kann wir haben ja auch kein holz mehr ja ne muss sparsam sein ja wir haben auch keine bäume um uns rum das sieht aber schon ganz cool aus du hättest ja beim abholzen schon mal wieder neue pflanzen können ich weiß gar nicht ob ich überhaupt saplings dabei habe wir können eigentlich die türen können wir auch aus dem holz machen stimmt die kann man ja die sind jetzt auch noch gefärbt das mache ich mal eben so machen und guck mal wie das aussieht ja immer eben durch ich nehme die tür mal mit doch macht es ich wollte zwar gar nicht haben aber ich habe es jetzt dabei okay also bei mir sieht komisch aus ich weiß nicht musst du mal sagen das bei dir aussieht was brauchen wir jetzt zum färben äh das weiß ich nicht muss müsstest du mal nachgucken okay das muss ich echt nach was für eine farbe das ist die frage was wir jetzt machen also wir würden ja also lass uns mal so ein braun ausprobieren für braun brauchst du äh kakaobohnen also ja kakaobohnen also man wollte doch eh den urwald suchen ne okay das das sieht jetzt echt ein bisschen komisch aus bei den türen also bei mir sieht das aus irgendwie ein casino oder so ja genau bei mir sieht es auch ein bisschen komisch aus okay machen wir die anderen wieder rein ich habe noch ich habe noch ein paar eisen kannst du gleich mal hallo tür lass ich mal abbauen so was sind die von innen die gebauten ja jetzt habe ich das den slap da reingesetzt was wollte ich denn jetzt machen ach ja das dach wird ganz schön teuer dafür müssen mal ich glaube wir müssen mal nether ein bisschen nether rings wie sieht es aus aber das ist ja nicht so schlimm das ist ja schnell abgebaut genau das war falsch machen wir hier so ein rundum ding was machst du mit dem rundum hier so so ein rundum was auch immer ding halt da könnte man auch dass das dach dann so draufsetzen wenn man hier dann die zäune anbaut ach so du meinst du meinst so eine art dekor dann könnte man da oben noch auf den zaun des dach draufsetzen so also die erdblöcke bleiben nicht da oder die kommen tatsächlich könnte ich eigentlich mal wieder weg von der stelle wo ich jetzt fertig bin ich kann es ringsum weg bauen ich bin schon einmal rum das war jetzt irgendwie komisch ich hätte gedacht ich habe keine mehr was dafür ist die tür kaputt gemacht oder so nee ich habe nur ein set gesetzt obwohl ich dachte ich hätte keine mehr im inventar und deswegen bin ich zurück aber ja ich habe auch gerade irgendwie so hier so eine stufe gesetzt obwohl ich irgendwie keine mehr hatte ja ich werde mich nicht darüber beschweren wenn ich eine weniger machen muss aber ja auch ein bisschen kurbeln so mal gucken ob ich da hinkommen ja wundervoll auch noch okay jetzt muss ich mal ein bisschen auf abstand da wie hast du das gemacht chris bei einem kühlschränk dass du was du da auch hattest dass man eine eisentür vorn vollen block machen kann wollen wie das wohl gehen wir haben hier zu tun woanders gesehen du musst die tür zuerst setzen ach so okay an sich ganz interessant aber ich würde da trotzdem noch irgendwie das andere noch mit einbringen wollen wenn ich jetzt noch umsetzt oder du setzt es unter unter das dach sozusagen direkt ja ja das habe ich gerade gemacht also ich weiß jetzt nicht genau was du meinst aber ich denke du meinst das was ich gerade gemacht hat ist doch warum fehlen jetzt die zwei ich war einmal rum ist komisch aus okay dass die zwei erdblöcke mal unterstehen vielleicht liegt aber auch nur am fenster kannst du mal das fenster versetzen kann man das machen welches denn das hier beim bei der front ich bin doch einmal so welches fenster hier das hier ja wenn du wo soll ich das denn hinsetzen zwei unten abbaust dann bin ich am boden ja dann ist es halt ein bodentiefes fenster und oben zubaust zack zack sieht es aber komisch aus wenn es hier auf den balkon geht ja komm mal her du musst es dir mal angucken du meinst weil das fenster dann so im dach versinkt sozusagen und das mit dem oberen dunklen holz weiß ich nicht genau das sieht irgendwie komisch aus aber echt ein bisschen komisch aus ja man muss es noch mal mit aufbringen weil sonst sieht es erst recht komisch aus also noch komischer als jetzt schon naja die schwarze darunter dass das geht irgendwie nicht die nie aus ja bitte wir müssen uns mal für unsere mine einfallen lassen weil die gänge sind langsam so lang ersetzt da mal ein paar schienen wir haben noch welche ja ich meine aber auch vielleicht auch ein paar neue gänge ein ja ja wir können ja irgendwann wieder abzweigen das ist ja kein problem ja mir fehlt aber so ein bisschen der plan wann und wie was am besten dann ist musst du erstmal ne karte malen so jetzt hast du ein halbhohes fenster gemacht ich überlege schon wie kann man das dann am blödsten machen weil ich hätte die farbe doch ganz gerne nochmal aufgegriffen wenn ich das da oben hinsetze ja okay aber jetzt haben wir ja das problem mit allen fenstern oben ne die müssen ja alle nur halbhohe sein ja das ist halt wegen dem dach also wenn dann hätte das dach 1 höher gemusst ja muss ich das dach nochmal umsetzen ja gut ja dann kann man ja nichts machen du schau mal wie sieht denn das so aus ich kann ich komme gerade nicht runter so direkt ach du meinst mit zäunen drunter sieht irgendwie auch komisch aus ich muss da irgendwie die farbe nochmal mit reinbringen ja sonst muss das dach halt ein höher das ist nicht schön okay dann mach du mal das dach 1 höher dann baue ich das dach mal nochmal ab und dann kommt da oben wenn du das dach 1 höher dann müsste auf welcher höher müsste dann nochmal so ein balken sein wir haben den jetzt auf der höhe haben wir 1,2,3 balken 1,2,3 balken ja okay dann müssen wir den nur nochmal austauschen hab ich noch so viel dabei ja dann mach ich das mal eben bevor du das dach drauf setzt ach da hinten ist ein skelett ich dachte gerade was läuft denn da kommt das rum jetzt ist hinterm baum versteckt oh nein das kam jetzt unerwartet jetzt musst du nur deine erdblöcke wahrscheinlich doch noch ersetzen weil jetzt sieht man sie ja 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 das geht ja ich muss ja eh das holz hier aufkauschen ich muss ja eh das holz hier aufkauschen hier rechts am rand zwei okay dann mach ich das unten genauso ähm mist hast du mal ne axt für mich ja äh kannst du mir die das ist zwar nur stein aber besser als nix egal ich muss ja nur das stückchen danke abbauen hier das meinst du hier das hier weg ne ah super dankeschön jetzt wird das holz wahrscheinlich nicht mehr reichen wird jetzt alles verbraucht äh ich weiß nicht hier unten ist noch ein ganzes Deck drin ja okay dann brauchen wir das auch noch was hat die Zeit äh 14 hast du es mitgebracht ja ui ja jetzt mal einfach setzen können aber ach guck mal die ersten Gäste kommen schon die sind aber grün ach wir haben auch gar nicht geöffnet ich glaube das ist ihnen egal die sprengen sich den Weg sonst rein nein nein die das waren die anderen grünen achso die röchelnden meinst du ja ja die haben Durst das ist das Problem die haben Durst nach deinem Blut gell ja wahrscheinlich ne ne das sind Vampire ne ne das waren nochmal andere ja die kommen mir nicht vor ach so noch nicht na genau wenn ich irgendwann die die Leder Mäuse zu äh Vampiren werden dann mach ich mir so das wär doch was für Microsoft 19 oder äh ich sehr schlau im Dunkeln ohne Rüsten rauszugehen ins Dunkle ja gut das war's ja ja gut hab ich gesagt nein ich fang gar nicht an ich hab's nicht angefangen grad eben hab Hunger auch hab ich nix gegessen oder was wahrscheinlich schon nur ein bisschen ja perfekt sehr gut äh das sieht irgendwie ein bisschen zu ähm hier muss ich alles um eins versetzen ja gut du das ist gut aus du deiner ja möchtest du mal oben an den Ecken da wo ich den Zaun hochziehen muss irgendwie einen Erdblock hinsetzen zip 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 wo musst du denn was hinziehen wo möchtest du einen Erdblock haben ähm immer da wo diese Stöppel stehen die ich grad hingesetzt hab halt an jeder Ecke ach so auf welcher Höhe möchtest du einen höher dann wahrscheinlich ne äh da wo das Dach halt aufhört also dass es halt ans Dach anschließt Alter war's ja knapp ja wo wollen wir denn da drüber anfangen bitte das ist immer ziemlich also das ist ja nicht so schlimm ich mein man kann's ja nochmal versetzen hallo äh ich muss auch noch versetzen so so habt ihr mir überhaupt zugehört äh was denn ne ne die hört keiner dazu ähm das sind äh wir haben uns schon über 15 Minuten also wir sind 17 oder 18 hallo Zombie ja 17 na du ja 17 Minuten so wenn man zum Ende kommt bitte ja gleich 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 nein ich kann doch nichts hinsetzen ok uah hörst du auf du bist ein böser Zombie du so der steht ja schon richtig so hab ich bis zu tun dabei ja gut da musst du auch alles versetzen stell mal das wir sind jetzt alle fertig oder mhm sieht ein bisschen aus wie Tetris bei mir hier oben Tetris? ja wie auch immer bis zum nächsten Mal tschüss 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 tschüss